So, ich tue mal eine Maske einsetzen, dann lese ich was ein. Solange Mensch etwas gegen etwas hat, solange ist Mensch ein Gefangener. So Mensch ungegnärzt ist, ist Mensch los. In sprachlich gefangener verwickelter Ansicht täte gefangener Mensch hier das Wort Freiheit wissen wollen. Doch das Wort ist los, das die Menschen echt menschlich macht. So Mensch gegen etwas ist, hat Mensch Gegner. Das Gegnern ist ein Kraftverbrauch. Welches, welcher Same mühsamt, welches Same eng festet. Was, was Same mühsamt, was Same eng festet. So Same im Sanftheit ist, im Sanften. Im Sanftheit, so Same im Sanften heitet. 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 Solche Beete nähren Edisch. Da gehört niemandem das Land. Landbesitz verackert edisches Land, welches allen ist, welches alle dasst, welches alle datet. So alle Wesen, gut dahin, sind alle Wesen im Nun gut eind. Vergegenwärtigten bleibt das Dat, das Da, das Das verborgen. Gutes Schenken löst aller Habgut ein, einsamt alles im Leben. Alle einsamen dann gut beisammen. Danke dem Hochscher. Duh. 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 Bis zum nächsten Mal.